Musik Die Sparkasse Salzkammergut präsentiert sich ganz toll mit verschiedensten Farben, total bunt mit T-Shirts, mit bunten Kaffeeheferl. Wie kommt es dazu? Ja genau, also wir haben ja heuer ein 160-jähriges Jubiläum und das sind unsere Jubiläumsfarben Boink und Grün, wie man sieht. Und auf die Leihwahl steht dann noch Hashtag Glaub an dich, das ist unser Slogan, weil der in jeder Lebenssituation ziemlich gut passt und es ist halt auch wichtig, dass die Menschen an dich glauben, aber auch die Bank an dich glaubt. Und es ist auch schon wichtig, dass man in der Jugend das Fundament für finanzielle Gesundheit schafft, denn die Jugend ist unsere Zukunft und deswegen haben wir dann auch das Jugendteam im Jänner 2023 gegründet. Jugendteam klingt spannend, was kann man sich darunter vorstellen? Also unter dem Jugendteam kann man sich darunter vorstellen, dass wir eben vier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind und da ist mein Kollege Nikolaus dabei, er ist der Ansprechpartner für Ebensee. Marie ist die Ansprechpartnerin für Strubel und St. Wolfgang. Vanessa ist für die Region rund um Bad Göser, Göser und Hallstatt zuständig und ich bin die Ansprechpartnerin für Bad Ischl und Pfandl. Und eigentlich unsere Hauptaufgabe ist, dass wir die jugendlichen Kunden von uns betreuen, dass sie halt wirklich einen Ansprechpartner auf Augenhöhe haben, dass sie sich auch trauen, was zu sagen, wenn sie was brauchen. Und genauso sollte man auch die Ansprechpartner für Studierende sein und für junge Erwachsene. Einfach, dass sie wirklich einen guten Start ins Finanzleben haben mit uns. Ab wann ist ein Jugendkonto empfehlenswert? Also ein Jugendkonto kann man ab zehn Jahren machen. Die meisten Eltern entscheiden sich dann aber beim Schulwechsel von der Volksschule ins Gymnasium oder in der Hauptschule, dass man ein Jugendkonto eröffnet. Es ist halt für die Jugendlichen wichtig, dass man möglichst früh in Umgang mit dem Geld lernt und ein Spiel ein bisschen dafür kriegt, wie viel das Leben eigentlich auch kostet. Wir haben auch einen Eröffnungsbonus. Bei der Eröffnung von einem Jugendkonto gibt es 50 Euro Startbonus und in den Sommerferien sind das sogar 70 Euro Bonus. Es gibt dann auch noch ein paar weitere Aktionen. Eine zum Nennen war jetzt, man kann sich bei seinem Berater einen Gutschein holen für einen Gratisvorstand bei der Vorschule Hausherr. Und dadurch, dass wir heute ein 160-jähriges Jubiläum haben, gibt es noch andere Aktionen. Eine war, dass es am 16. Juni, 16. Juli und am 16. August einen Gratis-Eintritt im Backpot Bad Ischel gibt. Da kann man sich auch einen Gutschein für das Backpot bei seinem Berater holen. Und ja, eine weitere Aktion war noch, dass für das Christ-Steger-Konzert, das am 9.6. ist, Eintrittskorten auch verlost werden. Wie treten die Jugendlichen am besten mit euch in Kontakt? Ganz klassisch über das Telefon oder über E-Mail. Nur einfacher geht es über das George, über unsere moderne Internetbanking-App, weil da hat man natürlich auch alle Nachrichten im Überblick, die, wo sie vorher waren. Und genau mit dem sind sie am besten versorgt, weil da können sie uns immer und überall erreichen. Aber wie funktioniert das jetzt bei Studierenden, die plötzlich nicht mehr vor Ort sind? Es ist kaum nicht egal, wo man jetzt studiert, ob man in Wien ist, Tokio oder New York. Man kann von überall auf der Welt seine Bankgeschäfte regeln. Eine große Unterstützung ist da der George. Im George kann man Überweisungen tätigen, PIN-Code nachbestellen oder auch die Karte sperren, wenn man sie verloren hat und vieles mehr. Und er hilft uns auch, dass wir flexibler arbeiten. Ein Beispiel dafür wäre, wenn wir eine Kundenunterschrift benötigen, laden wir das Dokument einfach hoch in George. Der Kunde zeichnet das und schickt es dann einfach an uns zurück. Wir sind aber genauso telefonisch erreichbar von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr. Und wir freuen sich aber genauso, wenn wer auf einen Termin zu uns kommt. Und ja, wir geben halt einfach unser Bestes, dass wir es für die Jugendlichen und Studenten so einfach wie möglich machen. Was findest du an George am besten? Also ich finde an George am besten, dass er wirklich eine einfache Bedienung hat, sowie einen modernen Aufbau. Und deswegen ist es einfach für jede Altersklasse geeignet. Nicht umsonst sagt man, dass das modernste Banking Österreichs ist. Das Thema Financial Health ist wichtiger denn je. Was verstehst du, was versteht die Sparkasse unter dieser finanziellen Gesundheit? Also wir glauben, dass Finanzkompetenz auch Lebenskompetenz ist. Und jeder wünscht sich ein Leben im Wohlstand und Unabhängigkeit. Und jeder hat auch ein Recht auf finanzielle Gesundheit. Deswegen stellen wir den Menschen ihre Bedürfnisse, ihre Umwelt und die finanzielle Gesundheit in den Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Und finanzielle Gesundheit ist auch für die Jugendlichen sehr wichtig, weil man kann nie früh genug damit anfangen. Wie wichtig ist finanzielle Bildung? Finanzielle Bildung ist uns generell sehr wichtig und vor allem auch bei den Jugendlichen und bei den Kindern. Und deswegen bieten wir verschiedene Sachen an, wie den Sparefrau-Club, den Spark7-Club, natürlich auch andere Aktivitäten wie den Flip2Go-Bus, der uns von der Erste Bank immer zur Verfügung gestellt wird. Aber wir bieten auch gleichzeitig Power-Seminare für Schüler an, damit sie einfach ein Spiel für das finanzielle Leben kriegen, damit sie auch wissen, wie viel kostet zum Beispiel eine Mitte, wie viel gibt eine durchschnittliche Person im Jahr für das Einkaufen aus und so weiter. Also einfach, dass sie da ein Spiel dafür kriegen. Und das macht uns auch sehr viel Spaß. Wir finden es auch noch ziemlich wichtig, dass die Jugendlichen ziemlich früh starten, dass sie ihre Finanzen selber regeln. Natürlich mit der Unterstützung von den Eltern und von uns vier. Außerdem ist es gut, wenn man sich einen Beratungstermin macht bei wichtigen Lebensereignissen. Das ist jetzt zum Beispiel der Start ins Berufsleben oder beim Start vom Studium, damit wir da einen optimalen Finanzstart für die Ereignisse finden. Ein optimaler Einstieg ins Finanzleben ist unserer Meinung nach ein Jugendkonto oder ein Studentenkonto mit einem kostenlosen Sportkonto dazu. Wir freuen uns recht, dass wir mit euch immer die optimalen Lösungen finden dürfen und euch bei wichtigen Lebensmomenten begleiten dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017